Die neue Season in FIFA ist endlich da. Ich bin schon Stufe 4, fast Stufe 5. Ich habe auch noch ein paar Gold-Upgrades geöffnet. Was ich da bekommen habe, seht ihr jetzt. Wie ihr gesehen habt, Jimenez gezogen und in Form Madison bei mir momentan halt Auswechslspieler bei Besseren ab, Argentin, Argentin. Ansonsten habe ich nichts mehr zu melden. Wir sehen uns einfach in der ersten Runde. Ist okay. Ey, ist okay. Ist wirklich okay. Mandanda oder wie der heißt im Tor. Mega, geht mega fit. Nice. Auf geht's. Na, komm rein. Na. Der wäre echt schön sexy-mäßig gewesen. Batshuay. Oh, was ein Tor, Liga. Michi Batshuay. Ich liebe diesen Typen. Boah. Schlecht gemacht von mir, muss ich sagen. Und Ibrahimovic macht's. Star-Spieler ist drin. Mein Spieler ist drin. Könnte der Ausgleich werden. Yay. Wie er durchkommt, wie er will, Liga. Er kommt durch, wie er will. Ekelhafte Mannschaft als Gegner. Ekelhafte Mannschaft als Gegner. Die Ecke kommt rein. Bail. Deswegen habe ich mir Bail gekauft. Genau deswegen Kopfball stark. Schussstark. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Tick ja. King. Danke. Ja, wird hier gut unterstützt. Michi Batshuay. Batshuay. König, Digga. König des Spielfeldes. Spiel. Einfach. Wie der fucking König. Weil der nicht schießen kann. Blablabla. Da kommt der Versuch. Ja, Torwart. Killer. Killer. Super den Ball erobert. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. Bill. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ist es das? Ibra. Andres iniesta. Sie können nicht klären. Sind weiterhin bedränglich. Ibra, Ibra. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler. Und dann fällt eben... Also, so sieht jetzt meine Mannschaft aus. Mit Kaka drin. Oh mein Gott. Einmal kurz gucken, was Kaka kostet. Kann man das so gucken direkt? Mit L1 oder so? Eine Million, Alter. Oh mein Gott. Was kostet der normale Kaka? Der günstigste. Gibt es gerne. Okay, der 87er ist der günstigste. 600.000... Ja, so 600k ungefähr. 700k, genau. Ja, schon geil. Schon Baba Werte, oder? Ja, Mann. Naja. Wir gehen aber in die nächste Runde. Ja, also... Ich könnte wetten, dass der Stürmer ausgewechselt wird. Und... Das war's. Und er konnte sich noch keinen Stürmer leisten. Was aber ein bisschen albern wäre. Hm. Hier haben wir die Heimblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Im Tor heute, Uvo Lloris. Andrew Robertson. Schuss von Bale. Bale! Da ist das Tor. Traumtor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Batsch, why, Digga? Die Digga gehen einfach rein. Die gehen rein, Digga. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten... Ich hab Kaka noch nicht mal verwendet, Digga, bis jetzt. Ich fände Solo, Digga. Ein Solo, Digga, Kaka benutzen. Ja, okay, ich hab ihn nicht. Ich kann nicht mehr wie früher wie Solos. Ah, egal. Früher wie Solos, ja mein. Solos wie früher. Ich komm' nicht weg! Pass auf, Batsch, why. Spielt den Ball in den freien Raum. Martial! Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Ich muss gar nicht jubeln, Digga. Klasse Treffer! Das heißt, das fand ich Buschmann oder Manni. Keine Ahnung, einer von den beiden jubelt auf jeden Fall, das ist gut für mich. Direkt kontern. Komm. Martial. Boah! Ecke? Ja, Abschuss, schade. Kurz Ecke. Ups. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Sie holen sich den Ball besitzt. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Kaka, schade. Das ganz schnell geht. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Den spielt er gut. Oh, der Treff! Ricardo! Koresma! Killer! Heute ist er nicht der gewohnte... Iniesta! Ja, ja, ohne große Mühe, den Ball abgefangen. Der kann abhärten! Oh, ho! 5-0! Traumpass, Koresma! Direkt bevor die Physik spielt. Oh, mein Gott! Das war's auch, glaube ich, für heute. Ich hab so viele Tore gemacht. Geile Szenen, lustige Szenen gehabt. Ich hab's gar nicht mehr viel machen. Kann ich noch Tore machen, weil das zeigt sie natürlich. Gegen Tore natürlich auch. Ansonsten sehen wir, glaube ich, einfach nur, was ich... Ob ich irgendwelche Stufen geschafft hab und ob ich Packs bekommen hab oder so. Und jetzt bitte pass! Van Eschma! Jetzt schießt er! Schöner Versuch! Boah, schöner. Flatter Ball. Ah, kein guter Abschlag. Was können wir jetzt ausmachen? Und 6-0, Koresma! Ja, komm, Digga. Bro, los klatschen, ins Leben skassiert. Das Resultat ist doch ziemlich... Mach noch ein Irren toll. Ich hab lange zu spielen, der ist auch nicht mehr. Spass, Digga. Reicht! Weg mit dem Ball. Gute Aktion! Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bewertet das Video. Hilft. Und morgen kommt wieder ein FIFA-Video. Und wieder ein paar Siege holen, paar lustige Momente, paar Gerdatore, dies, das. Road to Weekend League ist da. Tschüss!